so hallo und herzlich willkommen mal wieder hier auf dem kanal von mir und meiner schwester von Blackwater 1000 ja es gibt endlich mal wieder einen vlog für euch freut ihr euch also ich freue mich auf den tag heute wenn du schon so anfängst zu reden kannst du mir vielleicht das thema erklären also heute geht es darum dass ich gleich mit meinen eltern erstmal zum bahnhof fahren werde dann werden wir meinen freund abholen und danach werden wir uns eine katze und die werfen da irgendwas um guter anfang und ja sie hat halt schon erklärt um was es geht ihr werdet die katzen da klar gleich auch sehen wenn wir sie dann haben ach nee hab ich ja nicht gesagt sie läuft die ganze um ja überhaupt 14 uhr gleich machen wir hin ja ist doch auch so gut ich würde dann sagen wir sehen uns gleich so wir sitzen jetzt im auto und haben gerade die katze geholt ich zeig's euch kurz wartet da ist die kleine sie ist jetzt zwei monate alt und ja wir müssen uns halt noch überlegen wie die katze heißt meine eltern müssen gleich noch kurz futter für sie kaufen und ich werde dann so lange mit der katze einfach kurz im auto nein die heißt nicht whisky auf gar keinen fall ich würde dann sagen wir sehen uns dann spätestens zu hause wieder oder vielleicht noch mal im auto die wird erst mal hier ich habe hier die ganze zeit gefeiert ich habe hier die ganze zeit gefeiert ich habe hier die ganze zeit gefeiert Okay, okay. Komm. Es wird erst mal hier ein paar Tage gebrochen. Have you got it? How did you know? Ja. Ich bin da. Das ist das wild. Okay. Bitte, ich brauche, dass eine genug ist. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da, wie in eineren Situation. Du bist ja. Ich bin da. Es ist so glücklich. Bei Jasmin kann sie ja nicht anders, oder? Schnell ich die Karte, die sind. Nein, nein, nein... Ach, das ist eine Karte. Na, dünne, ja. Ich hab ja auch ein Ding gehören. Ja, weil jetzt ein Stress gemacht hat. Alles in Auto. Oh, jetzt sind es wieder. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ja, woher ich das nicht? Ja, das ist nicht... Gut, ihr habt jetzt die Katze erstmal gesehen, wir werden ihr jetzt erstmal Eingewöhnungszeit geben, das heißt, wir sehen uns spätestens später wieder. Nicht essen! Ja, Cookie, nehm die Kamera. so damit habt ihr jetzt auch unsere katze kennengelernt ja ich weiß nicht ob jasmin schon gesagt hat sie ist zwei monate er ist zwei monate alt gut falls nicht habt ihr es jetzt noch mal erst zwei monate alt und wir nennen ihn jetzt leo er ist jetzt mittlerweile schon zwei tage hier hat sich schon gut eingewöhnt ist jetzt auch zutraulich und spielt mit einem wie man auch da jetzt gerade sieht und ja falls ihr noch irgendwas zur katze wissen wird oder so schreibt das mal gerne unten in die kommentare rein und ich würde einfach sagen wir sehen uns im nächsten blog es werden wahrscheinlich auch noch mehr katzen videos folgen und ja bis zum nächsten mal ach ja um was nice wer lasst mal gerne ein like und ein abo da damit ihr uns unterstützt und ihr kein video mehr verpasst ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video also vlog oder gaming video bis zum nächsten mal haut rein und ciao ciao ciao